Hallo, das ist ein Cero. Das Cero ist sehr vielseitig, obwohl man vier Seiten hat. Also, einmal A, D, G und eine tiefe Seite C. Und das spielt man mit einem Bogen, das ist mit den Pferdehaaren bezogen und da kann man so schön streichen. Mit vier Seiten kann man ja nicht Musik machen, das spielt man mit der linke Hand. Da geht's rum. Tiefe auch noch. Da kann man auch die Gitarre ausspielen. Gleichzeitig ein paar Döne zusammen. So, dann spiele ich jetzt ein paar Kinderlieder für euch. Und das kennt jeder. Auch mal tief, mal hoch, versuche ich zu spielen. Nochmal. Die Geige. Tiefkammer hoch. Tiefkammer hoch. Tiefkammer hoch. Amen. 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 Amen.